Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpelstilzchen heißt. So geht ein bekanntes Märchen. Aber die Geschichte endet so, dass es dann doch einer weiß. Und dieses Wissen führt dazu, dass das Kind der Königin gerettet wird und das böse Rumpelstilzchen wieder dahin verschwindet, wo es hingehört. Heute geht es vielen Menschen genau anders herum. Die wären froh, wenn jemand ihren Namen wüsste. In der Welt sind wir an vielen Stellen nur noch Nummern. Da gibt es die Personalnummer, die Sozialversicherungsnummer, Rentennummer und manchmal ist es sogar nur die Fahrzeugnummer. Haben wir keine Nummer im System, sind wir ja fast noch übler dran. Menschen ohne Namen und Nummer sind wie verloren in unserer Zeit. Aus den sozialen Sicherungssystemen fallen sie zumindest heraus. Aber selbst wenn dies nicht der Fall ist, wie viele Menschen haben vor Monaten oder vielleicht sogar Jahren ihren Namen zum letzten Mal gehört. In unserem Trauercafé, das immer Freitagnachmittag stattfindet, sagen Leute manchmal, ihr seid die Ersten, mit denen ich in dieser Woche rede. Einsamkeit dürfte in unserer Single-Gesellschaft eines der Hauptprobleme sein. Wer keinen Namen mehr hat, ist eine Unperson, kein Mensch mehr. Ihr hier in der OJC-Gemeinschaft erlebt es natürlich ganz anders. Die Wahrscheinlichkeit, mit Namen angesprochen zu werden, ist unvergleichlich größer. Aber auch in einer Gemeinschaft kann man einsam sein, sich alleine fühlen. Unser Wochenspruch lautet, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott drückt in diesem Vers seine Liebe zu seinem Volk aus. Ausdruck dessen ist, dass er sein Volk, jeden einzelnen Menschen daraus mit seinem Namen gerufen hat. Und mit der Nennung des Namens macht Gott uns Menschen zu geliebten Menschen. Namen sind eben nicht Schall und Rauch. Es ist nicht nur die Nennung des Namens selbst, sondern diese direkte Ansprache, die bringt Zuwendung und Liebe zum Ausdruck. Mit der Nennung des Namens wird eine Person als Person anerkannt. Sie wird von der Umwelt, von der breiten Masse geschieden. Gott aber geht weiter. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Mensch wird damit in den Verfügungsbereich Gottes hineingestellt. Gott macht die Zusage, alle, die er mit ihrem Namen nennt, die in seinem Namen getauft sind, wie man an diesem Sonntag, an dem es traditionell um die Taufe geht, sagen möchte, alle, die sich zu ihm halten, die zu seiner Ehre geschaffen sind, die bringt er zusammen. Er versammelt die Seinen am Ende der Zeiten. Von Gott gerufen zu sein, stellt uns in ein ganz neues Verhältnis zu Gott. Er beruft uns nämlich, seine Kinder zu sein. Und er gibt uns die Zusage, das ewige Leben zu bekommen, im Buch des Lebens verzeichnet zu sein. Mit seinem Ruf sind wir geschieden vom Rest der Schöpfung. Gott ruft uns in seinen Bereich. Das ist die Zusage, die Gott den Seinen gibt. Natürlich kommt es ab und an vor, dass wir an diesem Ruf der Nennung unseres Namens durch Gott zweifeln. Aber dann gilt es, sich trotzig dagegen zu stellen. Gott streicht unseren Namen nicht einfach aus dem Buch des Lebens, ist jedoch wie der Vater des verlorenen Sohnes. Er wartet auf uns. Er erkennt uns sofort wieder, wenn wir zu ihm zurückkommen. Er spricht uns zu uns nicht zu fürchten, auch wenn die Not am größten ist. Denn wir gehören zu ihm. Wir sind getauft auf seinen Namen. Er ruft uns. Amen